Achter Tag der Weinlese. Ich habe es heute Morgen nicht rechtzeitig in den Weinberg geschafft. Die Trauben sind schon da. Weißburgunder SJ von Bischofinger Steinburg. Goldgelb, super reif, richtig lecker. Und wie schmeckt es? Super. Weiter geht es mit der Ernte am Fuße des Bischofinger Steinbocks. So, Turboernte. Man braucht starke Ärmle zu, um Leimer hochzuhalten. Hammer. So einfach geht es. Turboernte. Ach, einfach herrlich. So schön, Rotweine abstippen zu können 2015. Von Conny kommt eine weitere Frage. Wie kann man eigentlich aus Rotweinsorten einen Blonde Noir-Keltern? Um das genau aufzudröseln, habe ich hier eine Traube. Und was hier auf den ersten Blick wie eine Traube aussieht, sind eigentlich vier verschiedene Rebsorten. Es würde mich interessieren, ob jemand von euch erkennen kann, um welche vier Rebsorten es sich hierbei handelt. Fangen wir mal mit dem ersten an. Diesen hier. Spritzflecken drauf. Und es geht ja um Blonde Noir. Das heißt, wie sieht der Saft aus? Ich habe dazu hier ein Blatt Papier, eine Beere abgezupft. So, dann presse ich hier einfach mal ganz vorsichtig den Saft raus. Wie man sieht, ist das schön klar und hell. Und so funktioniert eigentlich die Bereitung von Blonde Noir. Man muss die Trauben einfach ganz vorsichtig und ganz sanft auspressen. Und so erhält man einfach nur einen weißen, hell erkälteten Saft. So, jetzt sehen wir mal die Kerne noch aus. Man sieht, das Fruchtfleisch auch schön grün. Jetzt zum Hinweis, die Farbe steckt ja bekanntermaßen in der Beerschale. Das heißt, drückt man die Trauben ganz fest aus, wie man sieht, wird der Saft etwas bräunlicher, gelblicher. Jetzt drücke ich noch weiter aus und schon kommt die erste Farbstoffe heraus. So, das ist eine schöne Zeichnung. Also Blonde Noir entsteht ganz einfach durch schonendes, leichtes, dezentes Auspressen. Presse man zu stark aus, dann wird gleich automatisch Roséwein daraus. Wir bei uns, für den Blonde Noir, haben wir ein ganz weiches, langsames Pressvorgang. Die wir auch noch bis zu einem bestimmten Druck dann durchfahren. Alles, was darüber hinaus ausgepresst wird, wird dann zum Roséwein verarbeitet. Als zweite Traube verwende ich hier einfach eine Beere von einem Merlot. Dann drücke ich hier auch wieder ganz vorsichtig aus. Wenn man sieht, kann man noch so vorsichtig ausdrücken. Die Grundfarbe ist schon etwas rötlicher. Das heißt, um einen Blonde Noir aus dem Merlot zu kältern und dann noch vorsichtiger tauben. Dann als nächstes hier ein Cabanet Dorsa. Ich nehme mal den da aus. Und zwar sich drauf drücken. Hat auch eine schöne helle Farbe, aber auch schon etwas rötlich. So wie bei Merlot. Jetzt könnte ich mal stärker drauf. So, dann schon wieder dunkler. Und zu guter Letzt eine Hammersorte. Die wird verwendet, um auf den Spätburgunder mehr Farbe einzuhauchen. Und dann kann man noch so vorsichtig drauf drücken. Die Saftfarbe ist auch schon tief dunkel. Nicht mehr rot, sondern fast schon schwarz. So. So. So ist ja nicht Kunst. Sputzige Finger. Aber wie ihr seht, Blonde Noir kann man nicht aus jeder Rotweinsorte kältern. Sondern eine Grundsaft muss schon hell genug sein. Und es macht einfach Spaß, mit diesen Bären solche schöne Figuren zu malen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe nicht verraten, diese letzte Rebsorte. Vielleicht weiß jemand von euch. Ihr könnt es gerne als Kommentar hinterlassen. Welche Rebsorte habe ich hier zum Schluss ganz tief dunkel schwarz ausgepresst. Hier haben wir jetzt die dunkle Pressfraktion vom Rosé. Und wie man sieht, hat es eine schöne dunkle Farbe. Rosé 2015. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann freut es mich, wenn ihr einfach einen Kommentar hinterlasst. oder einfach per E-Mail eine Frage stellt. Ich bin offen für alle Schandtaten. Wie man sieht, es macht richtig Spaß, diese schönen Antworten für euch zu produzieren. Bis dann.